Es gibt ja so einen Clip, wo Shirooka sich darüber lustig macht, dass ich gesagt habe, die Flagge Palästinas sei geklaut. Hm. Das ist zwar wissenschaftlich absolut richtig, was ich da gesagt habe, das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich in der Thematik sehr, sehr gut auskenne. Und auch schon mal eine Uni besucht habe, sogar mit einem Universitätsabschluss auf Masterlevel. Aber nun ja, Shuri weiß es natürlich besser und meinte, sich darüber lustig zu machen. Dementsprechend fand ich es toll, da finde ich es toll, dass Clever Camel vor zwei Tagen ein Video hochgestellt hat. Warum kopieren alle arabischen Staaten gegenseitig ihre Flaggen? Hm. Das Video kann nur interessant sein. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen, vielleicht hat sie ja recht. Gehen wir rein. Wenn wir uns europäische Flaggen anschauen, dann unterscheiden sich diese im Großen und Ganzen schon sehr deutlich voneinander. Klar gibt es teilweise ähnliche Motive, aber dann doch meist völlig andere Farbgebung. Und selbst wenn die Farben mal ähnlich sind, dann kann man die Flaggen anhand der Anordnung schon sehr gut unterscheiden. Wenn wir jetzt allerdings auf die Flaggen der arabischen Staaten blicken... Ja, da haben wir ein bisschen Verschiedenes. Glaubensbekenntnis. Irak. Hatte folgendes im Königreich ein anderes Logo drinnen. Jordanien, das Hashimitenkönigreich. Da haben wir Palästina, was eine große Ähnlichkeit hat mit dem Königreich Hechas. Eigentlich fast identisch, nur hier vielleicht der Winkel ist leicht anders. Da haben wir Ägypten, auch die gleichen Farben, nur ohne Grün, mit dem Adler Seladins. Syrien. Ja, mit zwei Sternen. Es gibt auch noch die Flagge der Aufständischen, der Freien Syrischen Armee mit drei Sternen. Aber wir gehen mal rein, was da weitererzählt wird. Dann sieht es schon ganz anders aus. Bereits auf den ersten Blick erkennt man, dass alle wirklich sehr ähnlich aussehen. Denn wir haben hier quasi ausschließlich die vier Farben Rot, Grün, Schwarz und Weiß. Und auch von den Motiven her überschneiden sich sehr viele Flaggen schon auffällig stark. So zum Beispiel die drei Flaggen von Jemen, Ägypten und dem Irak oder die von Jordanien und Palästina. Oder auch die von Katar und Bahrain. Und das Ganze ist natürlich nicht zufällig, sondern hat einen ganz bestimmten Grund. Was hat es also aus sich mit den arabischen Flaggen und warum sehen alle so gleich aus? Dieses Geheimnis werden mit... Sagt jemand, Ägypten und Syrien, da gab es mal eine Vereinigte Republik. Deswegen die zwei Sterne. Zusammen im heutigen Video lüften. Viel Spaß. Um die Hintergründe zu verstehen, müssen wir zunächst in die Geschichte eintauchen. Denn die meisten arabischen Staaten haben tatsächlich eine sehr ähnliche Vergangenheit. Die meiste Zeit standen sie dabei unter Fremdherrschaft, wobei den größten Einfluss die Herrschaft der Osmanen hinterließ. Diese rückten zu Beginn des 16. Jahrhunderts in die gesamte arabische Welt vor. Von denen kommt die Flaggen ja nicht, sondern später haben die Engländer ja unterstützt und dann kam das Chaos mit Sykes-Picot. Sykes, ein britischer Diplomat und Picot, ein Franzose und beide haben richtig Scheiße gebaut. Unter Sultan Selin I. besiegten sie die Mamluken. Daraufhin wurde 1516 das heutige Syrien eingegliedert und nur ein Jahr später folgten alle Staaten bis Ägypten. Und die Eroberungszüge wurden unter seinem Nachfolger Süleman dem Prächtigen fortgeführt. Dieser eroberte Bagdad im heutigen Irak und drang auf die gesamte arabische Halbinsel vor. Und auch in Nordafrika fielen noch mehr Territorien an die Osmanen. Bis zum Ende des Jahrhunderts stand so fast die gesamte arabische Welt unter der Kontrolle der Sultane. Doch trotz der rapiden und oft brutalen Expansion verlief die anschließende Herrschaft relativ milde. Die eroberten Gebiete wurden in Provinzen und Distrikte aufgeteilt, die von osmanischen Gouverneuren verwaltet wurden. Dabei stützen sie sich aber auf die bereits vorhandenen lokalen Strukturen und Eliten, um die Verwaltung effizienter zu gestalten und die Loyalität der lokalen Bevölkerung zu sichern. Viele Regionen genossen daher große Autonomie und durften religiöse und zivile Belange selbst regeln. So begann im gesamten Reich eine goldene Ära. Viele arabische Städte wie Damaskus, Kairo und Bagdad erlebten eine kulturelle und intellektuelle Blütezeit. Und die Integration in das Reich förderten den Handel und den Austausch von Ideen und Wissen. Arabische Wissenschaftler, Künstler und Händler reisten innerhalb des Reiches und es kam zu einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Provinzen. Dadurch entstand erstmals ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl in der arabischen Welt. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann das osmanische Herrschaftssystem zu bröckeln. Das Reich war längst über seinen... Genau, der kranke Mann am Bosporus. ...senit und galt unter den Europäern nur noch als der kranke Mann am Bosporus. Und genau die Europäer trugen auch maßgeblich zum Zerfall des einzigen Großreichs bei. Einerseits wurde durch die schnelle Industrialisierung in Westeuropa der wirtschaftliche Abstand zur arabischen Welt immer größer. Andererseits erreichten europäische Ideen wie der national... ...der gute Bismarck. ...Journalismus, schließlich auch das Osmanische Reich. Es formierte sich nun erstmals ein breiter Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Intellektuelle und politische Führer in der gesamten arabischen Welt forderten mehr Autonomie und... Ist das Hussein Bin Ali? ...eine stärkere nationale Identität. Einige forderten schließlich sogar eine vollständige... Wer war das vorher? Wahrscheinlich ein älteres Bild an. Und dieser Funke entlud sich, wie so vieles, im Ersten Weltkrieg. Dort zeigte sich die tatsächliche Schwäche der Osmanen und im ganzen Reich kam es nun zu Unruhen. Und diese Gelegenheit ließen sich die arabischen Nationalisten natürlich nicht nehmen und zettelten kurzerhand eine arabische Revolte an. Da könnte man den Film Lorenz von Arabien sehen. Der ist gar nicht schlecht. Das Buch ist aber besser. Und auch seine Biografie. Diese zielte darauf ab, ein unabhängiges arabisches Königreich zu schaffen und die osmanische Kontrolle ein für allemal zu beenden. Besonders entscheidend war dabei auch die Unterstützung durch die Briten und Franzosen. Denn beide versprachen den Aufständischen einen solchen Staat, falls sie den Alliierten beitreten würden. Unter der Führung von Sheriff Hussein Ibn Ali von Mekka... Ja, sag ich doch. Hussein Ibn Ali. ...begann also mit großzügiger Unterstützung der Briten eine arabische Revolte, wobei sich fast die gesamte arabische Welt unter einem Banner vereinigte. Und dieses Banner, beziehungsweise die Flagge, sah so aus. Ach. Ja, guck mal einer an. Ja, guck mal einer an. Hab ich da ja jetzt auf einmal recht gehabt. Denn dann ist die Flagge des Königreichs Hedgers doch tatsächlich... ...dann zu Palästina übernommen worden. Also geklaut. Habe ich ja recht gehabt. Ups. Da hat der Hoch ja recht gehabt. Da hat er ja gar nicht Unsinn geredet. Ja, meine Güte. Wer hat sich denn dann blamiert? Ach ja, stimmt. Schuyoko hat sich blamiert. Oh, gut. Das ist ja nichts Neues. Ich denke, damit wird schon sehr vieles offensichtlich. Und warum bis heute diese Farben überall so präsent sind. Denn hinter dieser Fahne steckt eine tiefgreifende Symbolik. Die Farben Schwarz und Weiß sind die Farben des Propheten Mohammeds. Ja, aber wobei... Die Farben sind eigentlich gut aufgeteilt. Also, wir haben Weiß als Farbe der Oma Jaden. Das sind ja Stämme. Wir haben Grün, das sind die Fatimiden. Und wir haben Schwarz, das sind die Apasiden. Das sind so die wichtigsten Stämme. Klar, Grün eigentlich... Also, Schwarz und Weiß, also, die Grün ist auch die Farbe des Islam. Aber... Das macht man sich dann doch zu einfach in der neuen Interpretation. Und Grün, das Symbol des islamischen Glaubens. Und auch weltlich hat die Flagge eine tiefergehende Symbolik. Die drei Hauptfarben stehen nämlich für die drei arabischen Dynastien. Einmal der Umayyaden in Weiß, der Avassiden in Schwarz und der Fatimiden in Grün. Und rot wurde dann, als die Farbe des Scherifen von Mekka und der Einheit von König Hussein, dem Revolutionsführer, selbst noch hinzugefügt. Doch wie entstanden schließlich... Genau, Hussein bin Ali. ...daraus die heutigen Flaggen? Hier wird es nochmal unerwartet. Denn die arabische Revolte war zwar militärisch... Ja, hier haben wir die Osmanen mit ihrer typischen Kopfbedeckung. ...erfolgreich und trug wesentlich zur Niederlage der Osmanen im Nahen Osten bei. Dennoch kam alles anders als erwartet. Nach dem Krieg erwarteten die arabischen Anführer eigentlich, dass die Briten und Franzosen ihre Versprechungen auf Unabhängigkeit einhalten würden. Doch das taten sie nicht. Stattdessen teilten sie die Teilstaaten nun selbst unter sich auf. Großbritannien erhielt das Mandat über Palästina... Genau, das hier ist das Mandatsgebiet. Palästina ist das Ganze. Dazu gehört das hier. Palästina ist schon in den 20er Jahren festgelegt worden als Heimatstätte der Juden. Und dann Aufteilung. Weil das hier auch... Das ist ja auch das Gebiet des ehemaligen Königreichs Israel. Also das Wort Palästina gibt es im Arabischen ja auch nicht. Deswegen sagen die auch Palästin. Das ist ja ein römisches Wort zur Demütigung der Juden. Jordanien und den Irak. Während Frankreich die Herrschaft über Syrien und den Libanon übernahm. Andere Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait waren bereits länger schon unter europäischer Kontrolle. Und die Aufteilung führte schließlich zu erheblichen Enttäuschungen und weiteren Widerständen in der arabischen Welt. Die Nationalisten fühlten sich von den europäischen Mächten betrogen und setzten ihren Kampf für die Unabhängigkeit fort. Die Fahne gewann damit mittlerweile ihre Bedeutung als Revolutionsflagge gegen jegliche ausländische Einmischung. Und tatsächlich waren erste Staaten in den nächsten Jahren in ihrem Unabhängigkeitskampf erfolgreich. Der Irak wurde bereits 1932 unabhängig, Syrien und Libanon folgten 1943 und Jordanien 1946. Viele weitere Staaten, besonders am Golf, folgten dann in den 50er und 60er Jahren. Und diese neu entstanden Länder übernahm... Da geht es ja richtig rund. Ja. Da geht es richtig rund. Ja, natürlich auch die Flagge der Ba'ath-Partei haben wir hier unten. Arabische Föderation, Irak, Jordanien. So. Genau, das ist die Urflagge. Das müsste sie sein. Mit dem Königreich Hitchers. Genau, das wurde dann geklaut. Schon interessant. Dann durch die Abspaltung hat man dann diese Flagge übernommen und dann hat man durch die Neugründung Palästinas, wobei es erst später eigentlich neu gegründet wurde oder überhaupt erstmalig gegründet wurde. Denn Palästina gab es ja nie als Staat. Es war ja nur eine Bezeichnung einer Umgebung. Hat dann diese Flagge bekommen in der länglichen Form. Tja, hatte ich ja wohl doch recht. Aber welche Länder verwenden denn jetzt genau die beiden panarabischen Flaggen? Die unveränderte arabische Befreiungsfahne wird heute vom Jemen verwendet. Doch wir sehen sie auch bei weiteren Flaggen, so zum Beispiel bei Ägypten und Syrien. Interessanterweise schlossen sich beide Länder kurzzeitig zu einem gemeinsamen Staat der Vereinigten Arabischen Republik zusammen. Das Gebilde hielt allerdings nur drei Jahre. Syrien behielt aber seine damalige Flagge als Teilrepublik der Vereinigten Arabischen Republik bei. Und so symbolisiert bis heute der eine Stern Syrien selbst und der andere Ägypten. Die ägyptische Flagge hingegen sieht heute so aus, mit dem Adler Saladins, einem alten Hoheitszeichen in der Mitte. Das ist ganz interessant, dass man den Adler Saladins nimmt. Denn er war ja gar kein Araber. Das vergessen die meisten. Saladin war Kurde. Und aus dem Stamm der Ayubiden. Ein kurdischer Stamm. Und er hat Jerusalem eingenommen. Als Anführer-Feldherr bei den Osmanen. Der Sudan übernahm die Flagge, fügte hierbei aber noch das Grün hinzu. Und auch der Irak verwendet seit 2008 nach der amerikanischen Invasion eine abgewandelte Form der Flagge. Hier wurde allerdings in Arabisch noch eine Inschrift hinzugefügt, die ich aber leider auf YouTube nicht sagen darf. Auf Deutsch heißt es aber so viel wie Gott ist am Größten. Früher sah die irakische Flagge übrigens so aus, was uns schon sehr... Ich komme damit nicht klar, dass man das auf YouTube nicht sagen darf. Das ist ja wirklich kompletter Unsinn. Seit wann darf man Al-Ahu Akbar nicht sagen? Als ob man für Al-Ahu Akbar gesperrt wird. Oder bekomme ich einen Strike für Al-Ahu Akbar? Der Al-Ahu Akbar-Skandal. Ach, Maschallah und Al-Ahu Akbar, wenn ich das hochladen darf. An das zweite Motiv der arabischen Unabhängigkeit erinnert. Die arabische Revolutionsflagge. In der ursprünglichen Standardform wird diese heute von Palästina verwendet. Doch auch andere Nachbarn bedienten sich aller Symbole. Jordanien fügte der Flagge dabei noch einen siebenzackigen Stern hinzu, der für die sieben Verse der ersten Suche des Korans steht. Und auch die... Koran. Sprich's doch richtig aus. Die Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait haben eine sehr ähnliche Flagge. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft das hoch. Es wird demonetarisiert, wenn ich Al-Ahu Akbar sage. Vielleicht sage ich zu oft Al-Ahu Akbar in diesem YouTube-Video. Wird durchgezogen und bei Kuwait sehen wir ein Trapez, das aus der früheren Flagge des Iraks entnommen wurde. Und zuletzt verwendet auch die von der UN nicht anerkannte Republik Sahara die Flagge in Kombination... Emir fragt, wenn du was... Ich glaube, wenn ich Al-Ahu Akbar sage, Emir. Mit einem islamischen Hochheitssymbol. Doch neben den offensichtlich ähnlichen Flaggen bedienen sich auch noch weitere Staaten an denselben panoramischen Farben, wie zum Beispiel Libyen, Algerien oder der Oman. Eine Anekdote möchte ich aber kurz noch genauer ansprechen. Denn bei zwei Staaten ist die Ähnlichkeit besonders hoch. Ich habe das auch verwechselt. Als wir letztens mal Fahnen geraten haben, bin ich komplett durcheinander gekommen. Weil ich immer direkt gesagt habe, Katar. Katar und Bachrhein. Ursprünglich waren dabei beide Fahnen tatsächlich identisch und unterschieden sich nur anhand der Seitenverhältnisse. Deshalb wurden sie auch ständig verwechselt. Um das aber zu vermeiden, wurde der Umstand genutzt, dass der rote Farbstoff, der zur Flaggenfärbung verwendet wurde, sich häufig durch die Sonne dunkel verfärbte. Daher ist die Flagge Katars heute Bordeaux-Rot. Über die letzten Jahrzehnte hatten aber alle angesprochenen Staaten auch viele weitere interessante Flaggen. Diese würden aber leider den Rahmen des Videos sprengen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch für mehr Videos über Flaggen interessieren würdet oder ob ich der Einzige bin, der das spannend findet. Könntet ihr alle arabisch... Ich fand das super spannend. Vor allem, weil es ja gezeigt hat, dass meine Aussage richtig war. Und dieses dauernde Bashing gegen mich, weil ich halt Fachkenntnis habe und in der Thematik drin bin. Und andere halt nicht. Das ist halt nervig. Und auch dumm. Ja. Was ist eure Meinung? Findet ihr es einen Skandal, wenn ich wirklich demonetarisiert werde, wenn ich Allah-Wakbar sage? Kommentiert mit Allah-Wakbar unter diesem Video. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Und aktiviert die Glocke. Bis dann. Übrigens Allah-Wakbar.